Willkommen zurück in Hardzeit, wo uns neue spannende Quests erwarten. Mal gucken, was heute so bei uns passieren wird. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Leider ist die letzte Folge kaputt gegangen. Das heißt, ich habe die Decken schon eingesammelt und habe sie hier bei Winston schon abgegeben. Und wir haben diese coole Satteldecke dafür bekommen. Und ich habe auf Star jetzt hier diese hellblaue Kandarre drauf, weil die einfach besser ist von den Werten. Und genau, deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden, auch wenn die mir optisch nicht ganz so gut gefällt. Und ich bin mittlerweile... Uh, welches ist das denn? Das Pferd, was hier gerade eben in der Anzeige gewesen ist. Horse Index. Warte mal, welches ist das? Kann ich das hier sehen? Der hier ist das, oder? Der Blue Rowan. Ja. Hm. Genau. Es ist jetzt halt für mich die Frage... Ähm... Ich bin mir unsicher... ...ob ich eins von diesen vier Sterne Pferden kaufen soll erstmal. Ich hätte ja gerne einen Araber. Oder ob ich einen goldenen Schlüssel verwenden soll, um zu rollen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich bin ja mich jetzt am überlegen, rolle ich vielleicht erstmal... Äh, kaufe ich vielleicht erstmal einen Araber? Und trainiere den weiter? Und dann spare ich weiter auf goldenen Schlüssel? Ich weiß es noch nicht. Da bin ich mir unsicher. So. Ähm... Winston hat noch eine weitere Quest für uns. Schauen wir mal. Well, darling. While you're here... Ähm... You best make yourself useful. I could do with a hand. Also, Liebling. Schatze... Schatze-Puh. Schatze-Puppes. Wenn du schon da bist, warum machst du dich nicht ein bisschen nützlich? Ich könnte eine Hand gebrauchen. Joy did mention you might need a hand. How can I help? Joy hat schon gesagt, dass du Hilfe gebrauchen könntest. Wie kann ich dir denn helfen? There are far too few jump gates for the events. Ähm... It must have gotten the order wrong. I must have gotten the order wrong. Could you swing by the supplier and speak to Debbie? See if she can get some more made. Ähm... Sind viel zu wenige Hindernisse für die Events da. Ähm... Ich muss irgendwie die Bestellung falsch weitergegeben haben. Kannst du meinem Händler vorbeischauen und mit Debbie sprechen? Und guck mal, ob sie ein paar mehr herstellen kann. What's her mobile number? I'll give her a call quickly. Wie ist denn ihre Handynummer? Dann rufe ich sie kurz an. See, that's where it gets tricky. Debbie doesn't have the best communication skills. Also, das ist das, wo es ein bisschen tricky wird. Debbie hat einfach nicht die besten, äh... Kann einfach nicht so gut, äh... Quatschen. Handling this over the phone would be disastrous. It would be far easier to go see her in person. Das über das Handy zu regeln würde in einem Desaster ändern. Es wäre definitiv deutlich leichter, ähm... Persönlich mit ihr zu sprechen. She loves compliments and talking about books. Keep that in mind. Good luck. Sie mag Komplimente und redet gerne über Bücher. Ja, können wir jetzt direkt tracken. Also, wer mag nicht gerne Komplimente? Also, ganz ehrlich, jeder mag doch gerne Komplimente oder nicht? Warum sehe ich sie jetzt nicht? Das ist spannend. Ach ja, apropos, das ist spannend. Ich möchte ganz gerne mit euch einmal hier die Cross-Country-Strecke und das Hintern des Springreiten machen. Was ich zuletzt gemacht habe in der Aufnahme, die platt ist. Ähm... Clear jump and your horse will get some stamina back, so you can race even faster. Genau. Das ist nämlich jetzt hier die Anfangsstrecke. Und wir müssen sie zwei Runden lang reiten. Und das ist so angenehm mit Star. Das ist Wahnsinn. Ich habe beim letzten Mal nur den einen Sprung irgendwie versaubeutelt. Ich habe ihn ausgelassen. Den hier, also den davor, wie auch immer ich das hinbekommen habe, Sprung 2. Und das Schöne ist, sie verbraucht so wenig Energie. Ähm... Ich habe sie jetzt einfach mal zu einer Stute gemacht. Dass wir hier relativ easy so durchkommen. Also wir müssen nur zwischendurch mal ganz kurz ein bisschen pausieren. Weil dadurch, dass wir hier die Ausdauer wieder auffüllen. Also das ist richtig gut. Wir dürfen natürlich jetzt nicht total schräg und schlecht über ein Hindernis drüber rasseln. Dann kriegen wir die Ausdauer nicht zurück. Also wir müssen uns schon anstrengen hier. So, jetzt muss ich mal ein kleines bisschen auf die Bremse treten. Aber das hier sollte jetzt eigentlich schon wieder reichen. Ist ja nur noch der eine Sprung, um ins Ziel zu kommen. Ja, guck mal hier. 53, drei Sekunden unter Bestzeit. Das war richtig gut. Jetzt seid ihr bei meinem ersten Magnificent-Versuch direkt dabei. Zehn Gems hat es gegeben. Einiges an Erfahrungspunkten. Richtig gut. 98 Prozent haben wir geschafft. Nicht schlecht. Und das Parcours-Springen hier. Wir springenparcours. Das ist tatsächlich der erste Parcours, wo ich, wo das drin vorkommt. Hier. Riding Line. Follow the line and stay as close as possible for maximum points. The more angle your horse, the better it will be able to stick to the line. Wir müssen so nah wie möglich irgendwie uns an der Linie befinden beim Reiten. Und je mehr Wendigkeit, also je höher die Wendigkeit von unserem Pferd ist, desto einfacher wird es auch. Und das ist jetzt hier noch einfach, weil hier haben wir im Endeffekt, hier müssen wir nur so ein kleines bisschen durch die Kurve reiten. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es hier leichter als auf dem Handy. Beziehungsweise auf dem Tablet. Da fand ich die Aufgabe richtig schwer. Oh, verdammt. No. Ich bin einfach nicht abgesprungen. Das hat mir alles versaut. Deswegen hat es jetzt nur drei Schleifchen gegeben. Aber im Endeffekt ist es, also ich persönlich finde, dass es hier viel, viel leichter ist. Als auf dem PC. Ja, als auf dem Handy. So. Und wo ist die Jute jetzt? Ähm, Talk to Debbie. Jetzt ist sie aktiv. Guck mal, da hinten, da können wir uns jetzt hier noch ein paar Äpfel einstecken, wenn wir hier schon vorbeireiten. Oh, und Rettich gibt's auch noch. Rettich retten können wir auch noch. Und ich finde einfach auch das Wasser so schön. Ach, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich mag das Spiel echt gerne. Und wenn ich mir mal überlege, dass das eigentlich ein Handyspiel ist, das ist schon wirklich gut dafür. In meinen Augen. Da ist sie, die Debbie. Hallo, du bist Debbie, oder? I might be. Depends on who's asking. Why? Why? I know you. You're the girl with a head injury. Ja, eventuell. Kommt drauf an, wer fragt. Warum? Ich kenne dich. Du bist doch das Mädchen mit der Kopfverletzung. Wow. Ja, also, na, wir sind mal, wir sind mal nicht meckerig. Well, um, yes, but my recovery is going quite well. Ja, aber ich erhole mich eigentlich ganz gut. Gut, glad to see you back in Hardside. Okay, jetzt ist es schon freundlicher. Schön, dich wieder zurück in Hardside zu sehen. Wie auch immer, Winston hat mich hierhin geschickt, um ein paar mehr Hindernisse zu bestellen, weil er zu wenig bestellt hat. Okay, aber er wird sicherlich nicht erwarten, dass wir die hier einfach so rumliegen haben. Wir müssen sie immer noch herstellen. Kommt in der Woche zurück. Kommt hier, wir sprechen sie immer auf Bücher an. Sorry, one sec, I see you were reading before I walked in. What book is that? Eine Sekunde. Ich habe gesehen, dass du gelesen hast, bevor ich reingekommen bin. Was ist das für ein Buch? Oh, um, why, yes, I was reading this old pulp fantasy novel. It's set in the 1930s. It's about a girl and her horse, who are lost at sea. Ähm, ja, warum? Ich habe diesen alten Fantasieroman gelesen. Ähm, das spielt in den 1930ern und es geht um ein Pferd und, äh, ein Mädchen und ein Pferd, die, ja, auf hoher See unterwegs sind und da so ein bisschen sich verirrt haben. Wow, you have great taste. Are you by any chance a writer? Du hast einen großartigen Geschmack. Ähm, willst du vielleicht mal Autor werden? Actually, I'm busy writing my first novel. It's about the mysterious fantasy horse showing up here in Hardside. Tatsächlich schreibe ich gerade meinen ersten Roman. Es geht um das mysteriöse Fantasy-Pferd. Fantasy-Pferd, was hier in Hardside aufgetaucht ist. Listen, sorry if I came across rude earlier, but I'm a bit defensive when I feel anxious. I'll tell you what. I'll get those jumpgates made for you just, äh, made for you, but you're going to need to help me get some wood for the smaller sections. Hör zu. Es tut mir leid, wenn ich eben ein bisschen, ja, rüde rübergekommen bin, so ein bisschen garstig. Ähm, ich, ja, gehe eher so ein bisschen in die Defensive, wenn ich mich ängstlich fühle. Also hier so ein bisschen schüchtern. Aber ich sag dir was. Ich mach die Hindernisse für dich fertig, aber du musst mir ein bisschen helfen und ein bisschen Holz sammeln. There are some locations in Evervale you could try. Just check your map. Es gibt da ein paar Orte in Evervale, wo du welches finden kannst. Ähm, guck dir einfach dir eine Map an. Oh, ähm. Wiss? Hä, das hatten wir doch schon. No! Okay. Ich wollte es eigentlich auf die nette Art machen, aber ich musste die, die unnette Art nutzen. Anders ging's jetzt irgendwie nicht. Sorry, Debbie. Ich wollte nett sein, aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Das Spiel hat mich dazu angehalten, garstig zu sein. Es tut mir leid. Das wollte ich eigentlich nicht. Ähm. Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir da hinreiten. Einmal durchs Wasser und rüber auf die andere Seite. Leute, wie ist das eigentlich? Ähm. Oh, ein Fisch gefunden. Cool. Was kann ich eigentlich hier mit den Schmetterlingen machen? Was hat es damit auf sich? Ähm. Und was mich auch noch interessieren würde. Ähm. Wie ist das eigentlich? Ich kann mir ja Pferde in diesem Index anzeigen lassen. Aber. Ähm. Ich hab das Gefühl, dass ich ganz oft auch Leute rumreiten sehe auf irgendwelchen Pferden, die überhaupt nicht im Pferdeindex drin sind. Sind das dann Pferde, die es nur für eine bestimmte Zeit gab? Oder sind das irgendwelche Random Pferde, die drin sein können, wenn man, ähm, wenn man die Keys öffnet? Und kann mir da wer weiterhelfen? Da gibt's doch bestimmt Leute unter euch, die das schon länger spielen und sich deswegen damit auskennen. Wow, that was fast. You must be really desperate. Sorry, I mean eager to help Hardside. Wow, das war echt schnell. Du musst wirklich verzweifelt sein. Ähm, sorry. Ich mein natürlich bemüht Hardside zu helfen. I'll phone Winston and let him know that his order will be done by the end of the day. I think Winston prefers it when I call him. Ich werde Winston anrufen und werde ihm sagen, dass seine Bestellung bis zum Ende des Tages fertig sein wird. Ich denke, Winston wird es vorziehen, wenn ich ihn anrufe. Thank you for getting it done in time. By the way, have you by any chance seen my horse Snowdrop around lately? Danke, dass du es so schnell fertig machst. Ach, übrigens, hast du eventuell mein Pferd Snowdrop in der letzten Zeit irgendwo gesehen? I've only caught a few glimpses of Snowdrop. He seems to keep his distance when I get near him. He actually inspired me to start writing my novel. It's all about the appearance of the fantasy horses in Evervale. Ich habe bislang nur ein paar wenige Blicke auf ihn erhaschen können. Er hält immer eine gewisse Distanz, wenn ich in seine Nähe komme. Er hat mich tatsächlich dazu inspiriert, meinen Roman zu schreiben. Es geht um, ja, um die, um die, um die Existenz, sage ich jetzt mal, der Fantasy Pferde in Evervale. Ähm, es ist ein Märchen, der etwas auf einer, ja, Volkssage, der, ähm, ja, der, 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 die Quellen neben Harzzeit beruht. Ein paar Jahrhunderte, äh, vor ein paar Jahrhunderten war das Wasser so stark, dass es durch die, äh, durch die Erdoberfläche gebrochen ist. Und, ja, zu einem, wie, ja, wie zu einem Brunnen geworden ist. Zu so einer kleinen, ähm, Fontäne. Und die Pferde, die, ähm, die, die das Wasser getrunken haben während eines Blutmondes, ähm, haben sich in diese mystischen Kreaturen verwandelt. Where the spring is now, I don't know, but some say the farness of Harzzeit hit it in plain sight. Ähm, wo jetzt die Quelle ist, weiß ich nicht, aber manche sagen, dass die Gründer von Harzzeit, ich weiß nicht, was das hit it in plain sight, Haben sie es versiegelt? Ich weiß es nicht. Is that true? Ist das wahr? Who knows? It could be. Read my book and find out. By the way, if you're still looking to help out the locals with the competition, speak to Phil, the builder. Some strong winds have, ähm, uprooted a tree and it's causing a bit of a roadblock. Perhaps you can ask him to, äh, tower the way. Wer weiß schon? Es könnte schon sein. Lies mal Buch und finde es raus. Ach, übrigens, wenn du immer noch den, ähm, den Bewohnern hier mit dem Wettbewerb helfen möchtest, dann sprich doch mal mit Phil, dem Baumeister. Ähm, ein paar starke Winde haben einen Baum entwurzelt und, ähm, ja, der blockiert jetzt eine Straße. Vielleicht kannst du ihm helfen, ihn wegzuziehen. Okay. Debbie Steele. Oh, wir haben wieder einen silbernen Schlüssel bekommen. Ja, bei zwei von den silbernen Schlüssel-Openings wart ihr jetzt leider nicht dabei. Da waren Hufeisen drin und diese Decke hier, die grüne. Aber dann lasst uns doch vielleicht mal noch einen zusammen aufmachen. So, Silver Key, open. Yes. Und dann gucken wir mal. In den nächsten silbernen Schlüsseln ist definitiv wieder ein neues Pferd drin. Aber es heißt ja nie, es kann ja auch immer früher eins kommen. Aber diesmal wird's, glaub ich, nur blau. Ja. Und es ist ein Sattel, der sieht aber cool aus. Leaping Jumping Sattel of Stamina. Der sieht hübscher aus als der, den ich jetzt gerade drauf hab. Ist der auch hübscher? Oh, das wär schön. Nee, leider nicht. Die sehen alle so. Ich find das so komisch, weil hier sehen die voll gut aus. Der hier, der geht ja noch, aber dann auf dem Pferd. Doch, hier. Der sieht besser aus. Da oben, der ist es ja. Oh ja. Oh, richtig gut. Jetzt haben wir endlich einen Sattel, der besser aussieht. Puh. Ach, sehr schön. Gut, ihr Lieben. Ich würd mich jetzt aber für heute erstmal wieder verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie's hier weitergeht. Tschüss.